Der indische Wertepartner teilt nicht alle Werte, vor allem nicht Baerbocks, nicht die westliche Sicht auf Russlands Krieg. Wie hat sich der indische Außenminister zum Preisdeckel nach den Gesprächen mit Baerbock geäußert? Ziemlich genervt und so wie ich fand auch überraschend scharf. Indien hat keinerlei Bereitschaft gezeigt, das Handelsvolumen mit Russland irgendwie zu beschränken. Und in dem Sinne freue ich mich sehr auf unser nächstes Treffen, das ja relativ zeitnah dann Anfang des Frühjahrs im Rahmen des G20 Außenministertreffens sein wird. We are fighting a war against Russia. Well, oh well Oh well Did everyone go